Premierminister Lei Qingde hat in einer Pressekonferenz zum Jahresende Massnahmen zur Verbesserung der Kinderbetreuung angekündigt. Taiwan steht vor dem Problem einer sehr niedrigen Geburtenrate. Die Fertilitätsrate von 1,17 Geburten pro Frau ist eine der niedrigsten der Welt. Bald wird die Zahl der 65-Jährigen die Zahl der Kinder übersteigen. Gemäß Schätzungen wird Taiwans Bevölkerung im Jahr 2056 auf unter 20 Millionen Einwohner sinken. Premierminister Lei sagte in der Pressekonferenz, die Regierung werde weiterhin öffentliche Kinderkrippen für Kinder im Alter bis zu zwei Jahren fördern und Zuschüsse gewähren. Für Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren werde man nicht nur öffentliche Kindergärten fördern, man wolle auch die Gemeinnützigkeit privater Kindergärten fördern. Die Regierung wolle nicht mehr staatliche Kindergärten gründen, da dies zur Folge hätte, dass private Kindergärten vielleicht schließen müssten. Man lade private Kindergärten ein, sich an der Politik der Regierung zu beteiligen, aus privaten, gemeinnützigen und öffentlichen Kindergärten zu machen. Mit dieser Politik hoffe man auch, die Gehälter der Erzieher und Erzieherinnen zu erhöhen. Genauere Pläne sollen nach dem chinesischen Neujahrsfest vorgestellt werden. Diese Politik soll dazu beitragen, die Fertilitätsrate bis 2030 auf 1,4 zu erhöhen und zu verhindern, dass die Einwohnerzahl Taiwans auf unter 20 Millionen senkt. Die Regierung hat es außerdem als eine vordringliche Aufgabe bezeichnet, das Problem der niedrigen Löhne und Gehälter junger Leute zu lösen. Die Regierung hat es außerdem als eine vordringliche Aufgabe bezeichnet, die sich bei ihnen überfühlen wie ein Konflikland vergangen kann. Vielen Dank.